Vitamine für internationale Beziehungen. Bei ISD in Stuttgart sind das Fremdsprachen. Business English. Der Klassiker ist so modern wie nie. Wo scheinbar nichts mehr geht, geht Englisch immer. Bis hin zu Technical English und Financial English finden sich bei ISD die Spezialisten mit Anspruch und Erfahrung. Deutsch für den Beruf. Für internationale Mitarbeiter gewinnt Deutsch zunehmend an Bedeutung. Weltweit effektiv im Kontakt mit deutschen Partnern oder im Arbeitsfeld eines deutschen Unternehmens. Im ISD-Kurs geht es um den Arbeitsalltag und den Geschäftserfolg der Teilnehmer. Die ISD GmbH mit Sitz in Stuttgart-Mitte bietet alle europäischen und viele asiatische Sprachen. Interkulturelle Kompetenz gewinnt man hier sowohl im Kurs als auch per Pausengespräch im Bistro oder auf der gemütlichen Dachterrasse. In der lebendigen Wirtschaftsmetropole Stuttgart finden sich heute neben weltweit agierenden Unternehmen viele kulturelle, sportliche und kulinarische Ereignisse. Alljährlich feiert auch die ISD GmbH inmitten der schönen Schlossanlagen ihr Sommerfest. Sprachkurse im Unternehmen und für den Beruf sind seit über 30 Jahren das Kerngeschäft der ISD GmbH im Zentrum der Landeshauptstadt. www.isdgmbh.com Wissen können handeln Wissen, Strategionale Wissen, Neumste Wissen, und Wissen, 員